G hydrated Frau Ebener 10-0 in Führung Warren Timo! Drei Ball, Timo! Drei Ball! Schellal-Kotterlaki, 1-1. Kommt, Luca! Luka-Jobel mit dem 2. Rigs für Fedor. Luka-Jobel! Marcel Reiski, 2-2. Vorerst letzter Schütze für Fedor. Es bleibt beim 2-2. 2-2! Timo, Timo! Kommt, Timo! Es steht nur noch 2 zu 2, jetzt abwechseln beide Mannschaften. So geht man damit um, wenn man ein paar Worte von oben hört, 3-2 Welldorf, sieh nicht zu den Schießen. So geht man damit um, wenn man ein paar Worte von oben hört, sieh nicht zu den Schmerzen, sieh nicht zu den Schmerzen.